Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chicas aus außen Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Community Beef Battlefield 3 Alleine bin ich diesmal nicht unterwegs Nein, ich hab den, wie man hier oben sehen kann Den lieben Raptor dabei Ich wollte gerade sagen, der Raptor ist sehr schüchtern heute Ähm Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin fucking Alter Ernsthaft Fickt euch Fängt super an Ihr müsst wissen, ich bin unsagbar fucking müde, Alter Ich weiß auch nicht, ich bin heute Morgen um 8 Uhr aufgewacht Halb 8 Uhr Weil meine Katzen meinten, mich stressen zu müssen Weil ich halt im Wohnzimmer gepennt habe Weil die die ganze Nacht rumgegammelt haben Und, äh, weißt du was, jetzt lade ich dich ein Du kriegst das ja nie hin, ne? Und, ähm Frazen, Digga Ähm Butter bei den Fischen, was? Ja, keine Ahnung Und dann bin ich heute Morgen um halb 8 Uhr aufgewacht Und dann Äh, den ganzen Tag Umzug gehabt hier Ohne Witz, ey, wir haben den Umzug hier fertig gemacht Und sowas Halt die Fresse Bist du jetzt mal drinnen? Ja Server Browser So, jetzt gehen wir Guck mal, hier sind ja gar nicht so viele drinnen Äh, Verlauf Favoriten Wir gehen mal bei Verlauf rein Da sind nämlich immer was Hier Operation Metro Eroberung Da gehen wir auch mal rein jetzt Im Hintergrund hört ihr meine Katzen Ihr müsst auch, äh, mich entschuldigen Es ist hier ein bisschen, ähm, hallig gerade bei mir In, ähm, in, ähm, ja Boah, ich kann nicht mal, ich kann nicht mal richtig sprechen gerade Das ist ja Voll wie der Litch Äh Im Wohnzimmer ist es ziemlich hallig und sowas Ähm, und wir haben Ich, wir haben so ein Gerade so ein Als ich eben gerade dieses, äh, Let's Play Randomness aufgenommen habe Ist mir so ein kleines Themachen eingefallen Äh, ähm Was man jetzt so belabern kann Weil der Äh, Reppy hat auch Battlefield 4 vor kurzem, ähm, ergaunern können Und Hat die Kampagne gespielt Ja, weil er weiß nämlich, worauf es denn ausgeht Und er hat nämlich generell Eigentlich gar keine Chance, wenn es um sowas geht Weil er ein fucking Noob ist Hast du mir schon erzählt, ja Ja, hast du mir schon mal erzählt Jetzt, zum zweiten Mal Ich wurde gerade von einem fucking 92er aus Ausgemerzt Alter, es ist Battlefield 4 draußen Kauf sie, du scheiß doch die Ähm Ich bin ja so der, äh, der großen Meinung, weil Es sind viele am Mech, äh, sind Es wundern sich immer wieder viele neue Das hab ich auch schon einmal, ähm, erwähnt Äh, als ich mal erwähnt habe In einem anderen Commentary Dass es Früher immer wieder, äh, unglaubliche Spiele gab Auf die man sich gefreut hat Aus dem einfachen Grund Weil früher wesentlich mehr Innovation gezeigt wurde Und das sind Wenn man es heute so sieht Ähm Ein Battlefield nach dem anderen Ein COD nach dem anderen Was allesamt einfach Sich einfach fucking gleich spielen Er ist total begeistert davon Der Reppy Äh, er sagt, ja Ist doch egal, wenn es immer das gleiche ist Es macht halt Spaß Und das ist halt so die traurige Angelegenheit Dadurch hat natürlich auch Irgendwann kein Spielentwickler mehr richtig Lust Es zu, äh, ein Spiel vernünftig zu entwickeln Frist mal eine geschmolzen Scheiße Und dadurch ist klar Dann kann es nicht mehr wirklich Mühe gibt Für ein vernünftiges Spiel Für manche Nee, nee Ist alles Alles in Ordnung Das war so was von Alter, ficken fuck, Alter Wo kommt der denn her jetzt Ich guck die ganze Zeit dahin, aber nö Oh, ich wurde wieder überlebt Dicker Erstmal schön alle wiederbeleben Weil die hier alle relativ im Schutz Ich hab Ja, ich hab ja nur geballert, Alter Ey, du Eine Hand wäscht die andere Alter, jetzt hab ich mich erschrocken, Alter Ich hab den noch gerade gesehen Alter, fickender Hurenbob, Alter, ey Er wird schon wieder So ein Hass, Alter Alter Ich weiß nicht Ich hab jetzt auch gerade irgendwie Voll einen schlechten Aim, Alter So, nur damit ihr Bescheid wisst Ich puppe gerade an der Nase rum Ähm Genau, einmal schön reinnuben Du stocherst damit auch nur in einem Bienennest, ey Ey, ich wollte gerade sagen, ey Ich hab da jetzt so viel drauf geballert Ja, ich bin tot Danke Nimm dir das Leben Alter, verzicht, ich schüsse, du Hundrecksvieh Mann, ey Hauptsache, ich sterbe Wie war das, damit das Gleichgewicht des Universums wieder stimmt oder so Kein Plan Und vor allem Ähm, weil ich ja gesagt habe Dass ich nicht mehr das ewig ein und dasselbe Spiel spielen will Kann von ihm diese coole Ansage Sei doch nicht immer so So, 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 äh Was hast du gesagt hier nochmal, äh Äh, äh, äh So kritisch Das Problem ist, ich bin ja nicht mal kritisch Ich hab nur gesagt, ich will nicht ein und dasselbe Aber das wird schon gleich als Kritik angesehen Das ist traurig Das ist eigentlich traurig Das Problem ist ja, es ist ja nicht der Raptor allein in der Art und Weise Also Es macht ihm halt Spaß Das ist ja auch in Ordnung Das ist ja auch vollkommen Vollkommen legitim in der Art und Weise, ne? Das ist ja kein Verbot, das zu mögen Nur Dürft ihr auch dann nicht mehr meckern Wenn, wenn dann immer nur das gleiche gemacht wird Dann dürfen auch alle nicht meckern Deswegen freue ich mich schon auf meinen Titanfall, Alter Ohne Witz, ey Ich freue mich auch zwar ein bisschen Wenn ich von Rapid das Spiel bekommen sollte Hier Battlefield, äh, 4 Falls das alles so klappen sollte, wie wir uns das vorstellen Freue ich mich zwar auch ein bisschen Weil wir dann eigentlich mal wieder etwas zusammen Richtig zocken können von vorn Aber Titanfall, da freue ich mich richtig drauf Auch wenn es nur für Ich habe schon von Den Imperator gehört Hat sich so ein Video mal anguckt Sieht ein bisschen verschlierter aus Auf der 360 Aber die Action ist genauso krass am Laufen Und genauso wenig da am Ruckeln und sowas Äh, wie Äh, wie auf der 360 Äh, wie da auf der One Ich bin in der Deckung Ah, hat ihn doch noch Alter, habt ihr es gesehen? Ich bin ja nur als erstes am draufballern Ich habe jetzt einen fucking Videobeweis Ich habe jetzt einen fucking Videobeweis Wie ihr hier als erstes Baller Aber dieser scheiß Nazi Drecks Die Arsch Amerikaner Liegt natürlich auf dem fucking Boden Jetzt weiß ich, wie sie den Krieg Jetzt mal gewinnen Die legen sich einfach auf dem Boden Alter, man wird sich wahrscheinlich sowas von gar nicht im Video hören, ey Ist ja jetzt auch wurscht, Alter Gleich lege ich mich Gleich lege ich mich auch mit der Scheiß Nee, dann drehe ich ja auch den Battle Sound lauter Vor allem, ich kriege keinen markiert, irgendwie Ah, da ist einer Alter, Gott sei Dank hast du auf dem anderen geballert Vielen Dank, Alter Das war richtig gut jetzt Das war jetzt cool Hast schön auf dem anderen geballert Dass er, weil er mich angeknabbert hat, irgendwie Warte mal nicht Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hilf bei K47 Ich will mal gerade sagen, dass ich fast von diesen Hilfe durch Niederhaltung Fast den 14. Metal kriege Ich belebe dich wieder Also ich gucke mal, dass du nicht gleich von hinten irgendwie Uns, äh, anknuspern Anknuspern, auch so ein neues Deutsch-Lieblingswort Ich sollte mal so eine Liste machen von meinen absoluten Lieblingswörtern Das ist bestimmt cool Irgendwie haben wir die falsche Seite, Alter Ohne Witz Ja genau, Alter Weil du nichts triffst, du Nazi-Scheiße Und dann einschießt natürlich direkt der Kopf Ja, es ist so klar Es ist einfach so klar Immerhin ist hier wenigstens einer, der mal wiederbelebt, ey Ey, die nehmen A ein Ich kann ja echt machen, was ich will Es interessiert einfach Null Ich meine, guck, schau mal an, ey, wie viele Hitmarken Ich kann nur den fucking Kopf treffen Und ich gebe einfach mal 13 Hitmarken oder sowas ab Und dann hat er verfackte Huren und so noch 51% Leben Oh, Granate Alter Fick'n, der Huren-Bob, Alter, ey Ich schwör's dir Ich muss nachladen Gib'n, Digga Gib'n, hab da Ach, ich wollte grad wieder beleben Die nehmen schon wieder ein, ey Glaubst du's denn? Alter, ja, weißt du, normalerweise muss der eigentlich voll zittern Weil ich ihn die ganze Zeit treffe Och, ich lad jetzt nach Oh, hier muss der Kopf sein Ich hab jetzt grad drei Kugeln in die Brust, äh, in die Schulter bekommen Ist nicht weiter schlimm Das ist nur ne, äh, ist nur ne Streif, äh, Wunde Vor allem, weil's im Körper drin ist Scheiß, Drecks, Panzerglas gegen Messer, also Messerglas, Alter Ist doch zum Kotzen, naja Es läuft nicht grad so gut für uns Achso, ich hab mal ne Liste zusammengestellt Da könnt ihr euch richtig drauf freuen Ich freu mich auch schon drauf Äh, äh Sachen, die mich im Online-Shooter aufregen Ey, da werd ich so uprage'n die ganze Zeit So, wir haben mal A hingenommen Ja, das ist doch langweilig, ey Was soll das denn? Ja, mein Gott, ey Zeigt euch, zeigt dich Hier ist einer Na, spielst toter Mann, ne Und gleich stehst du wieder auf, du scheiß Zombie Ja, keine Ahnung, was jetzt der war Oder ob er jetzt einfach noch abgehauen ist Ich Nimm einmal an, dass es jetzt der Kollege war So, lass mal dir von der anderen Seite knuspern Ich brich mir erstmal das Genick dabei Auch schön Wer denn, irgendwer guckt gerade zu uns Ja, es war so klar Ich hab noch einen angefleckt Da ist noch einer aus der Richtung, wo ich geballert habe, ey Oh, ich versuche mich gerade zu rollen Lieber Dark Souls, das geht nicht Das ist so ein Kotzen Was, was, ich seh ihn nicht Ich seh ihn nicht und sterbe Es ist zum Heulen Hör doch mal auf, Battlefield 3 zu spielen Wenn du Level 100 hast, du dummes Drecks Arschvieh Du pädophiles Käsehörnchen, ey Wieso hab ich jetzt einen fucking Sniper in der Hand Mann, ich hab schon genug Service da mit dem Sniper Ja Ja, wirklich wieder im letzten Zentrum im Moment Hier weg, Alter Ja, und es ging nicht Es ging einfach nicht, dass er mich jetzt treffen konnte Weil ein verficktes Auto zwischen mir Und diesen dreckigen Uhrenspasten ist, Alter Oh, wie ich es hasse, mich leise aufregen zu müssen, ey Was halt hier eigentlich jetzt wieder so extrem Daher kann ich's nicht mehr Oh, jetzt hab ich schon wieder den fucking Sniper, ey Ja Ja Famisiere mich einfach Ich bin einfach da Ja Jo, Treffer, okay Zack, der scheiß Schädel weg Angefragt Abgehauen Die können uns von ganz links, äh, rechts Ja, lol Ich muss jetzt mit einer G18 drei Leute ohne Alter, wieso war ich jetzt mit zwei Schüssen tot? Mann, er hat mich vorher nicht angefragt Und es hat mich auch keine Granate getroffen Ich bin einfach mal instant mit so einem fucking Schüssen tot Weil er es will Er will es, also passiert es auch Mann, ey Dieses Ungleichgewicht der Natur Ich lebe, also funktioniert das Universum nicht Es ist zum Heulen einfach nur Fucking Heulkrampf, Alter Los Leute Wenn wir das nicht schaffen, werden wir sterben Wenn wir das nicht schaffen, werden wir sterben Und was machen wir gerade? Kaffee grenzen oder was? Schiss, Computer, stimm und scheiße Ein Schuss Ich hab noch Vor allem, ich wusste jetzt nicht, bleibt man da jetzt nach oder nicht Oder hast du nicht gesehen? Schön Ah, campen wir mal eine Runde Oh, was schön ist Ist so geil Der kommt um die Ecke Und ich bin der Erste, den er anknabbert, Alter Da schreit einem die ganze Zeit Doktor, Doktor, Doktor Ey, es ist Das Problem war, ich war der Einzelste, der ihn bemerkt hat Deswegen muss ich einfach mal instant von so einem Level 100er mit einer SV98 geohnt werden Sonst wäre er seines Lebens nicht mehr glücklich gewesen Halleluja Verdammt, das Einsatzziel ist weg Over Wir sind ein wenig Ach, das ist ein Lappen, Alter, ey Der Feind kontrolliert jetzt alle Einsätze Oh, wow Weil er das Feuer noch nicht getan hat So eine Überraschung Ich hab's gehört Ja, das ist kein Verschlepp im Deck Ich hör sie Alter, die sind direkt neben mir, hab ich das Gefühl, Alter Ja, Leute, was bleibt mir jetzt anderes übrig, Alter Vor allem, der kommt da welche um die Ecke Oh, das gibt ja leider keine Punkte Deswegen muss er das jetzt so machen Da kommt halt einer von uns nicht hoch Alter, sie hören sich an, als wenn sie direkt neben mir herlaufen würden, Alter Ohne Witz Bleib oben, du bist lustig Ja, Leute, habt ihr das gesehen? Ich schieße einfach nur mal als Erster Und deswegen hab ich zu verrecken Verdammt doch mal Ich bin ein scheiß Nazi-Deutscher Ich habe nicht zu leben und zu töten Ich habe zu sterben Mann, ich hab das jetzt alles auf Video Er kommt um die Ecke Ich bin am Ballern Er guckt mich blöd an Kratzt sich am Sack Und haut einfach mal mit einer Scheiß Butterfly auf mich drauf Oder was, ey Mann So, verreckt, du Affe Ja, ich hätte so noch ein paar Leute von hinten metzeln können, ey Aber nein Bullshit, Alter, ey Kann ich nicht auf mir sitzen lassen Weißt du was, ich hab ja eine halbe Stunde Dingens aufgenommen hier Das, äh, Let's Play Random Das werde ich dann Rendern und das Morgen hochladen Und das nehme ich dann für übermorgen Das wäre ja mal eine Idee Dann brauche ich für heute und morgen erstmal keinen Let's Plays aufnehmen Sondern kann das ein ganz, ein ganz Huge machen Habst du schon Arzt? Hä? Pfff 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 Oh, Leute, ich freue mich so dick auf Titanfall. Vor allem am Montag, also eine Woche, darauf die Woche, also von dieser Woche, gibt es eine Zocker-Action-Abend. Da wird dann die Playstation Wii aufgebaut, hast du es nicht gesehen. Irgendwann nimmt sein Hightech-Computer mit. Ich nehme die Xbox hier mit am Start. Kriegt dann noch ein Netzwerk-Kabel, ey. Schönes Ding, Alter. Das wird so geil. Freue ich mich schon tierisch drauf. Scheiße. Alter fucking Bitch. Alter fucking Bitch, hör auf da zu spawnen, du Affe. Lappen. Oh, vielen Dank, Alter. Hat er gerade von hinten gerettet. Alter. Alter. Ich habe ihn so als erstes getroffen. Okay, der ist tot. Ich dachte, wer... Hilfe bei Kill 98. Leck mich an den Füßen. What the fuck? Halt mal auf, nicht zu blenden, du Affe. Alter, egal in welche Richtung ich mich drehe. Ich kriege aufs Maul oder was? Bleib liegen, Alter. Tote sollten tot sein. Oh, hast du mit der weiseste Spruch, den ich je rausgelassen habe. Ja, von hinten. Tote Menschen sollten tot sein. Ach, wir haben nicht mal mehr zäh. Das ist so toll. Mann, dieses Team. Es ist schon wieder das Beste, was es gibt. Zum Glück macht das Online-Spiel immer sehr gerechte Teams. Damit auch niemand irgendwie dumm gerusht wird. Weil wenn man Rush spielen will, kann man ja auch Rush spielen. Und nicht fucking, ey, lass alle von den Feind erobern und lass sie dann von hinten abgehauen oder so ein Scheiß, Alter. Leute, ihr habt's gesehen. Ich hab als erstes geballert. Ihr könnt zurückspulen. Es sind Zeitlupe abspulen. Es ist ein dreckiger Level 100er, der kein Leben hat. Weil er mit drei Waffen schon über 100.000 Kids hat. Wie es wohl aussieht. Es ist nicht dein Ernst, Alter. Es ist dein Level 100er, oh, plötzlich ne Scheiß. Alter, Alter. Weißt du, eben gerade ist dein Level 100er nur mit einem 16 gelaufen. Puh, es hat eine Snipe in der Hand. Ja, ähm, meine Eier warten auf dich. Und noch, nee, wir haben, das Problem ist, dass wir nicht einen Level 100er haben, der alles kann, sondern drei Level 100er haben, die alles machen, Alter. Es ist zum Heulen. Ach ja, ich wollte bei dir spawnen, deswegen spawn ich ganz hinten. Das ist natürlich sehr praktisch. Wahrscheinlich war der Hurenbock schon angefrackt. Mann. 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 Nö, Mann. Bleib liegen, Alter. Bleib liegen oder ich bring dich um. So, schön. Schöner Sprayer rein. Perfekt. Nur aufpassen, dass keiner von hinten kommt und es ordentlich da. So, jetzt nehmen wir erstmal C wieder ein. Hier, hat keinen Sinn. Wir hatten ein Spiel letztens, Alter. Da haben wir beide 100 Kills fast gehabt. Also, ich hatte schon über 100 Kills. Er war auch fast bei der 100. Und dann hat es sich aufgehangen, Alter. Das war ein super Spiel, ey. Da ging es immer so auf und ab. Mal haben die, dann haben mal wir wieder so die Führung genommen. Dann waren die mal wieder am Stissel. Ey, du warst bei A. Ich hab dich gesehen, du Affe. Daten in eurem Bereich gesichtet. Over. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Over. Okay, ich sollte B helfen. Achtung, das Einsatzziel wurde erobert. Over. Okay, da kommt keiner. AB gesichert. Anders allein durch meinen Verdienst. Na, Spaß an den Scherz. Weil irgendwer mir voll im Weg stand, ey. Alter, irgendwie fliegt die ganze Action grad voll an mir vorbei, hab ich das Gefühl. Alter, das geht grad wieder viel zu einfach. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Da rusht noch gleich einer wieder voll zu B durch. Ich schwör's dir. Ich hab die andere Seite des Hauses hier. Ich wollt grad sagen, ich schieße als erstes fucking Bullshit, Alter. Ach, ich kann ja nicht treffen, weil er voll in meinem Visier rumläuft. Stimmt. Ja, ich komm aus dem Haus gesprungen, auf dem ich war, will, in das Haus, seit in dem ich war. Und so auf einmal laufen die Declaver rein. Der hat schon drei Service-Tassen-Declaver ein. Vorsicht, ich hab nämlich mal ein bisschen scharf aus dem Gesicht mit Over. Das ist schon wieder voll langweilig, jetzt bin ich wieder, ey. Hinter dir, ich bin tot. Hier ist erst der Hilf, und jetzt weiter. Fick dich, ich bin hinter dir und tot. Alter, Fick dich! Mann! Alle stellen sich direkt jedes Mal mir in den Weg, um mir abzustauben. Dann geh ich weg, und die rennen auch alle weg, anstatt da zu stehen zu bleiben und mich zu beschützen. Stirb! Stirb! Hilfe bei Kill 100! Ich hab auch nichts besseres zu tun, Alter! Fresse ich hier denn selber so in die Täter? Ja, freu dich! Ja, lächst mich doch aber ab, ey. Guckst du dich doch mal an, ey! Ich möchte gerade wieder irgendwo reinbeißen, das ist so geil! Alter, ich spawne bei B und spawne bei C, aber ich bin in der Nähe von C gespawnt. Yay! Alter, ich hab rüberspringen gedrückt, er macht diese Slide-Bewegung und bleibt immer noch auf der einen und selben Seite stehen, ey. Ich bin von hinten gekommen. Ja! Du Arschgesicht, Alter! Boah, klar, ey, lächst mich doch ab, ab! Ab, da kommt einer! Komm, ey! Ich hab den einen mit der G-18 und den anderen hab ich gemessert, aber es soll einfach wieder nicht sein! Es soll nicht sein! Einmal hin sind wir jetzt nicht direkt einmal, äh, wieder so weggeflasht worden, Alter! Alter, wie oft belebe ich dich denn bitteschön wieder, Alter! Dass du immer noch ein 7 auf 11 hast! Fahre ich das in Granate? Alter! Alter, habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Er wurde wiederbelebt, ich hab drauf geballert! Nicht einen Hitmarker! Nicht einen Hitmarker! Ich pack das nicht! Ich pack den schwulen Zong nicht mehr! Ich pack den schwulen Zong nicht mehr! Das kann nicht sein, Leute! Ey, meine Granate ist direkt neben ihm eingeschlagen! Frag mal, was passiert ist! Nichts! Alter, ich konnte nur den verfickten scheiß Headshot, äh, Headtreffen, Alter! Und du hast ihn schon angefragt! Ja, hilft bei Kip 25! Das kannst du dir auch sowas mal in den Arsch schmieren, Alter! Fickt euch doch mal mit einem... Alter, wieder am C! Ja, ich bin sogar schon gegen eine Piste, Alter! Ey, du kannst nicht... Also der Zerter wird echt vergisst, ey! Wir haben das Einsatzziel verloren! Wir haben das Einsatzziel... Ich gar nicht, ey! Ja, ey, kann ich nicht! Ja! Nein! 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 C4 ist mal weg, Mann! Boah! Thanks und schönen Day noch! Achtung an alle Einheiten! Wir haben das Einsatzziel erobert! Wir haben das Einsatzziel erobert! Ober! Na, wo versteckt ihr euch, ihr Schweine? Na, wo versteckt ihr euch, ihr Schweine? Alter, jetzt krepieren sie da unten in der Ecke! Allesamt, guck dir's mal an! Ah, jetzt bist du gerade zurückgelaufen! Da kam der Gegner und ich hab's nicht mehr gesehen! Der ist der Erdkopf! Ah, es muss natürlich noch ein Dreckshoch und Vieh dabei sein, ey! Ja, lasst mich fluchen, ihr blöden Ärsche! Ja, ich hab euch grad blöde Ärsche genannt! Kommt damit klar! Aber gibt's Selbstmord! Alter, das ist so geil! Ey, Juni, wir ballern grad auf dich, aber wir treffen dich nicht! Kannst du trotzdem sterben? Ja, hab grad nix besseres zu tun! Ich krepier jetzt mal! Jo, du bist voll korrekt, danke! Leck mich doch an den Füßen, Alter, ey! Alter! Scheiß, kiesesteine! Hi, Chico! Vor allem, jetzt haben die wieder uns unter Kontrolle, weißt du? Alter! Wie kann's sein? Alter, das war zu knapp jetzt! Bitteschön! Verdamm' ich! Stattdessen krieg ich noch! Es läuft grad wirklich miserabel, Leute! Ach ja, natürlich muss er jetzt hinter uns kommen! Das geht ja auch nicht anders! Sonst wird er seines Lebens nicht mehr glücklich! Sonst wär's ja langweilig! Alter, ich wollte wieder überlebt, jetzt werd ich aber irre! Ich bin ne Frau, du Arsch! Ah, warte! Also, das ist ja Multiplayer bei... Zum Multiplayer sag ich ja nichts! Das Einzige, was mich aufregt, ist, dass die eroberen Steps einfach so riesengroß sind, also, als du am Fahrzeuger angebildet bist! Also, ich hab' meistens bei Battlefield auch nur Team Deathmatch gespielt! Nein, weiß ich nicht, woher auch! Das war das, äh, der Spiel, wo die Däub mit der Beta war! Achso, okay! Lass immer auch schnupfen, Digga! Ja! Teil wehleidig, ja! Stirb jetzt! Einfach nur, weil er schon 46.000 Kills mit dieser Waffe hat, Einfach weiterspielen! Shit happens! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Diesen Spruch mag ich sehr! Hakuna Matata! Geht stets als modern! Es heißt, die Sorgen Bleiben dir immer fair! Keiner nimmt uns die! Philosophie! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuuu! Mama Tata! Hakuna Matata! Ah, ah! Yeah! Tata! Ha, ha, ha! Ich kassiere! Also bin ich! Nobody knows the travel-like scene! No! Wie? Da ist ne fucking Deckung hinter mir! Da ist ne fucking Deckung hinter mir! Einfach! Da bin, da bin, da bin! Da bin, da bin... Bitte, beh... Bärke... Einmal tatsächlich nicht! Da ist ne明 da bin... Niemand hat... Niemann kein... Keit verpflichtert! Deunter kann durch Geteinfeld! B instruments! B 그렇게 leiden! Sie sind, die Uganda sprirt! Wenn das alle flieben, die vergeht zu sein! Er marschelt jak culture brenn! Bye! Trittig! Haha, pot dalam! da kommt rein und Kitzel alle, Alter, Kitzel einfach, alle Weißt du, was das für Fotos sind, die wir gerade spielen? Das ist genau die Schlampe, die die letzten mal 100 Kills gemacht haben Wahrscheinlich haben wir dann auf deren Seite gekämpft oder so, keine Ahnung Alter, er läuft da durch, bekommt Kugeln ohne Ende Und wenn überhaupt, sind ja schließlich Götter Ey, 17 auf 16, ey Fick deine Mutter damit, so was kannst du deine Amma zu Weihnachten schenken, so was Die freut sich über so was Es freut mich für dich, ungemein Sobald sie auf dem Boden liegen, merkt euch das, Leute Merkt euch das, liebe Kinder Sobald diese drickigen Huchen direkt zum Arsch Pissenhügel Auf dem fucking Huchenboden liegen Sind sie verdammt nicht nochmal unbesiegbar Ah, der hat wahrscheinlich gerade einen Kiesestein gegen den Kopf bekommen, deswegen ist er gestorben Weißt du was? Komm, leck mich am Arsch Ha, du dreckiger Huchen Spaß, Alter, ey Aha, ich wurde aus dem Spiel, aus dem Server rausgeschmissen, weil ich ein Doppelkippe Ja, du darfst natürlich keinen 1.320 benutzen, das wäre ungefähr So, das ist sowieso immer, ey Alles benutzen wollen Und dann, wenn es der Gegner benutzt Oh ne, das ist jetzt aber unfair So, mal gucken, wie schnell ich gerotzt werde Ich liege jetzt auf dem Boden Zweibeiner Ich flieg nicht zusammen Kein Plan, ich gehe egal, ich raus Ach ja, es kommt einer von hinten Schön Leute, es tut mir leid, wir beenden diese Aktion jetzt Hier schon mal Ich hab keinen Bock mehr aufzunehmen Ja, mach das mal Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen Wie immer, schrollt alles in die Kommentare Vor allem, wie beschissen einfach Drecks Amis sind Und, äh, dann sind wir auf jeden Fall alle auf einer Wellenlänge Ansonsten, viel Spaß noch beim Zocken Und hoffentlich sehen wir uns auch nochmal online, ne? Tschüss Das sind die Froschbretter Gut